Musik Ich habe Antwort von der Augenklinik bekommen, man weiß jetzt aber nicht so genau, wie ich das einordnen soll. Ich habe jetzt nochmal zurückgeschrieben und nochmal nachgefragt und warte jetzt wieder auf Antwort. Oh, der Bruno war jetzt so süß eingekringelt. Wirklich, der lag so komplett eingekringelt auf der Seite und hat geschlafen und sobald ich die Kamera rausholte, der hat echt Sensoren, glaube ich, sobald er irgendwie nur das hört, dass ich die in die Hand nehme, ja, war es das. Die Babys wissen schon, was los ist, wenn ich nur komme. So, jetzt gehen wir wieder rein. Babys hatten Hützenszeit hoch. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt ein Sturzflug von der Amsel. So, Schätze. Lotte und Bruno sind schon wieder drin. Holli, kommst du bitte? Ich habe jetzt nochmal Antwort von der Augenklinik bekommen. Hier wird gekuschelt. Musik So ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt meinen Shein Haul und zwar werde ich euch wieder alles unten in der Infobox verlinken und mit dem Rabattcode Q2SIMON15 bekommt ihr 15% Rabatt ab einem Bestellwert von 49 Euro. Ich habe mir lauter Kleider ausgesucht und eine Lederjacke. Ich habe es euch gestern schon im Unboxing Video gezeigt und das ist das erste Kleid, was ich euch heute zeigen werde mit einem Dalmatiner Muster, hat einen V-Ausschnitt, lange Ärmel und unten nochmal einen Gummizug eingearbeitet. Es gibt es jetzt in den Größen S, M, L und XL und kostet 15 Euro. Ich zeige euch nochmal, wie es von hinten aussieht. Das Papier am Bund auch einen Gummizug, dadurch ist es schön tailliert. Man kann auch zum Beispiel einen Gürtel anziehen, so zum Beispiel. Dann habe ich mir dieses Kleid ausgesucht, ein Jersey-Gleid mit besonderen Detail, diesem Schlitz an der Seite und T-Shirt-Ärmel. Ich zeige es euch nochmal, das ist in so einem Grauton und das kostet 9 Euro. Geht auch übers Knie und ist sehr schön figurbetont. Und es hat auch alles gute Kundenbewertungen, also darauf achte ich ja immer, dass die Bewertungen gut sind. Dann kann man ungefähr einschätzen, wie das ausfällt. Und das gibt es in den Größen XS, S, M, L und XL und ich habe es in der Größe XS. Und das ist jetzt auch neu auf der Seite. Das ist das nächste Kleid, das ich mir ausgesucht habe. Das bekommt ihr in den Größen S, M und L. Und das ist unten ausgestellt, hat auch wieder schöne Ärmel, so wie ich das gerne mag. Und hat Blätter aufgedruckt. Und besonderes Detail ist auch hier nochmal der Gürtel. Ihr habt dafür extra Schlaufen. Ich zeige euch das nochmal von hinten. Das Kleid kostet 18 Euro. Der Rock, der geht wirklich so nach unten und ist unten auch wirklich schön ausgestellt. Mein Rabattcode gilt ja ab einem Bestellwert von 49 Euro. Und hier in Verschied kostenlos ab 39 Euro. Also der Versand ist dann für euch auf jeden Fall kostenlos. Und ich finde das auch von der Farbe her schön, weil es einfach mal was anderes ist in diesem Braunton. Der Ausschnitt ist ein bisschen weiter. Ich habe jetzt unten drunter noch einen Top angezogen. Dann kann man das eigentlich ganz gut kaschieren. Hier hat hinten einen Reißverschluss. Ein besonderes Detail sind auch die Ärmel. Ihr seht schon, die sind hier nochmal genäht. So, dann zeige ich euch die Lederjacke. Die bekommt ihr für 31 Euro. Ist natürlich aus Kunstleder. Und hat hier nochmal Reißverschlüsse. Ich zeige euch auch nochmal, wie die geschlossen aussieht. Die Ärmel haben auf jeden Fall eine schöne Länge. Ich nehme Jacken immer eine Nummer größer. Und ich zeige euch auch nochmal das Material von der Jacke. Kann man natürlich auch bis oben hin zumachen, den Reißverschluss. Die Jacke hat 904 Kundenmeinungen übrigens. Also die ist auch ein Bestseller. So, schaut her. Da ist das nochmal ein besonderes Detail. Ist aber nur auf einer Seite. Also auf der Seite ist der Reißverschluss. Und auf der habt ihr dann die Schnalle. Und das letzte Kleid. Das hat auf jeden Fall Puffärmel und an der Seite einen Schlitz. Und das ist ein bisschen raffiniert. Der Unterrock ist quasi mit dem Kleid oder ans Kleid festgenäht. Ja, die Puffärmel, die glaube ich sind auch nicht zu übersehen. War jetzt auch nicht so einfach anzuziehen. Der Ausschnitt ist ein bisschen weiter. Deswegen habe ich auch wieder einen Top unten drunter. Das gibt es auch noch in anderen Farben. Die zeige ich euch nachher direkt auf der Seite. Ich zeige euch jetzt nur noch einmal das Muster. Das ist ein Blumenmuster. Also Röschen. Kostet 20 Euro. Und ja, ist auch wieder schön figurbetont. Und ja, wie gesagt, ist etwas raffinierter vom Schnitt her und auch von den Ärmeln. Und jetzt zeige ich euch, in welchen Farben es das Kleid noch gibt. Und zwar, ich habe hier einmal, vielfarbig ist das. Dann gibt es das Kleid noch in Rot. Das schaut dann so aus. Und dann gibt es es noch einmal in Braun. Und es hat 679 Kundenmeinungen und 4,7 Sterne. Da sieht man auch noch einmal ein Tragebild. Also man sieht schon, es ist etwas weiter ausgeschnitten. Wie gesagt, mit dem Rabattcode Q2715 bekommt ihr 15% Rabatt ab einem Bestellwert von 49 Euro. Ich blende es euch unten im Video ein und ist auch alles in der Infobox verlinkt. Auch die einzelnen Sachen. Schreibt mir gerne, was euch davon jetzt am besten gefallen hat. Von den Sachen, die ich euch heute vorgestellt habe. Da liegen alle ja so was. Schaut euch die an. Und wo ist der Bruno? Lotte hängt halb auf der Lotte drauf. Äh, Quatsch. Andersrum. Lotte halb auf der Holly. Guck, guck, Mausi. Wo ist denn der Bruno? Genießt ihr die Abendsonne? Da steckt der Bruno. So schön, Babys wollen gar nicht rein. Wollen Babys gar nicht rein? Nein. Viel zu schön hier draußen. Oh. Oh, Lotte. Lotte ist immer noch im Modus. Hier holt ich der Bruno viel, gell? So. Und rein. Na, komm. Oh je. Bruno. Nicht klopfen. Komm, geh rein. Remy steht schon wieder da und wartet. Komm. 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 Bruno, jetzt komm. Komm. Na, komm. Na, komm. Ich weiß nicht, was das ist, dass er sich immer nicht rein traut. Irgendwas erschreckt ihn. Und dann ist es ein Akt, ihn rein zu bekommen. Na ja, jetzt haben wir alle wieder drin. Ein Glück. Ne? Jetzt kriegt Holly wieder Tropfen. Na, ihr zwei Süßen. Jetzt gibt's Abendessen. Ich stelle für die Babys Abendessen hin. Und was macht der Bruno? Legt sich mit dem Rücken zu mir hin. Wenn das nicht eine Ansage ist. Hier steht wieder in den Blumen und Holly, da haben wir's. Wir sind bei, ich muss immer schauen, was er als nächstes kriegt. Und wir verabschieden uns von euch. Sind gespannt auf eure Lieblingsstelle. So, Auge auf. Und, ähm, ja, sind gespannt auf eure Lieblingsstelle. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Und die Holly. So ein Schatz, wirklich. Ähm, ja, wir sehen uns morgen wieder, um 19 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss. Sometimes all you need is a smile. Tschüss. 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 Tschüss.